Der Leon redet immer so sachte, den hört man meistens nicht immer, wenn der redet. Ja, ich hab halt nicht das Bedürfnis, quer durch den Raum zu schreien, weil ich auch noch Nachbarn habe. Hey, schreie doch nicht. Was? Ja, schreie doch. Der Einzige, der hier rumschreit, ist Schauen, ja. Später, wenn ich mir mal ein Haus geholt habe, dann werde ich auch meine Stimme ein bisschen erheben. Aber ich muss jetzt Rücksicht nehmen auf Omi und Opi, die unter mir wohnen und auf die... Nein, wo ist der Zweite? Hier. Die Nachbarn nebenan und runter. Ja, bei mir ist das nicht so der Fall, ne? Über mir wohnt jetzt, äh, der ältere Herr wohnt da jetzt nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht schreiben, wie du willst. Und, äh, da wohnt noch eine jüngere, wenn sie nicht... Keine Ahnung, was wird sie in jedem Nacht. Oh, die andere Herrera. Oh, die lässt dann auch schon mal mega laute Musik laufen, also da kann sie sich nicht beschweren. Ja, okay, aber ich sag mal so, ich bin, glaub ich, eher die, äh, die laute Partei hier im Haus. Du kannst mir nix! Ja, aber du schreist ja auch ziemlich selten, ich glaube, selbst wenn du es könntest. Ja, what the fuck? Ja, aber warum soll ich denn schreien? Gibt ja keinen Grund dafür. Boah, diese Terra macht mich schon wieder irre, hä? Ne, muss... Du musst nicht. Ihr müsst hier, sag mal, ein bisschen gechillter sehen. Das, das, das ist nicht gut für den Blutdruck. Naja, ich bin halt ergeizig bei sowas. Ja, ich auch, aber ich schreie nicht. Ja, das ist halt anders. Was bist du denn für ein Sternzer? Jungfrau. Oder geizig? Ich bin weder. Leon ist Sternzer in Pinza. Sternzeichen-Pizza. Nein. Hast du Jan? Döner. Eigentlich fisch. Ja? Jetzt sind es wirklich kalt oder nur von der Gesinnung? Von der Lüfte, halt. Was ist Jan? Du warst denn nicht von der Gesinnung für ein Sternzeichen, Leon. Achso, Döner. Nein, keine Ahnung. Pizza, Döner und ich bin Burger. Achtung, Reifen. So heißt die nächste Folge. Oh Gott, ja! Ey, der fährt durch alle durch und fährt einfach straight zu mir und ich schieße da noch daneben. Nein, ich konnte Reifen nicht sind, doch, konnte ich nein. Jan, welch Sternzeichen bist du? Fisch. Ah. Was sind deine Vorteile, deine Sternzeichen? Ich kann schwimmen. Ja, Kiemen. Richtig, meine Superkraft ist gleich mein Sternzeichen. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich... Kiemen und Glopschaugen sind seine Superkraft. Eigentlich bin ich Aquaman. Ja, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich... Well, fuck this. Sei es mir, Alter, ich spiele jetzt Asch. Okay. Visit that. Das ist die griechische Map, okay. Wer soll mir nicht so schnell laufen? Ich komme kaum hinterher. Schauen wir, ob wir hier Rabatz in Kreta machen können. Rabatz? Ob wir Rabatz kriegen? Die hier sowas haben? Ich habe Rabatz, Rabatz, ja. Oh, gerettet, du fuck. Doomfist, der nennt mich irgendwie ein Hellboy. Farrah, Farrah, Farrah ist auch ein Spot. Bis auf die Knarre hat er fast alles davon. Ein Hellboy-Skin für Doomfist ist eigentlich schon alles neu. Ja. Ja. Das habe ich blitzert wieder eine Idee gegeben, mehr Geld zu machen. Ich hoffe, ich kriege ein Skin dafür. Gute Arbeit, ja. Dafür könntest du den Skin bekommen. Ja. Mit seinem Mufax-Speed und mit seinem Hier ist er schon stark. Oh, mach ich mir ein paar Scheiße. Warte. Nicht wirklich, aber... Ja. Was? Ich bin nicht wirklich scheiße, danke. Ich habe gesagt, ne, auf die Frage hin. Oh, ah! Auf die Frage hin, bin ich, bin ich scheiße. Aber auf die Frage hin, ob du scheiße bist, nicht wirklich. Das war ja richtig nice von dem. Das war ja richtig nice von dem. Das war ja richtig nice von dem. Das war ja richtig... Ich habe ihn erwischt. Das war ja richtig nice von dem. Nein. Okay. 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 runde und haben wir auseinander genommen ja eine dritte brauchen und deswegen ist die alle geliebt hatte mccree auch in der runde ganze 80 gibt es hier möchte jemand was kaufen hallo was möchtest du gerne milch okay hier hat der stoff oder geh runter von meiner war hier so wie es von ich hätte gerne milch die hochprozentige vertragen können junge sicherlich trinkt nichts anderes das kommt auf jeden fall genauso episch wie die szene wie hart bist du wie hart ich bin wie hart ich bin ich habe eine ganze schüssel gegessen und ganz ohne mich oder flüssigkeit oh ja okay so du bist es im weichei schuppen weichei schuppen juni auch weichei schuppen junior ja müsste wirklich so sein das geschützt ne nein nein auf der mensch auf der mensch auch komm schon so ein kommt jetzt springen wir uns richtig an jungs nutbox nutbox ich drehen wir uns richtig an 20 minuten spät benutzen diese verzögerung glaubt ihr so vorne ist irgendwie nicht so geil ja hat der kugelmann davon butter hädchen okay ich bin wieder da bin wieder online und betont nein nein er hat die abgebrochen war eine scheiße euch die alle damit gefest nein ist das mies gewesen ich bei mich ja schon ja ok unterwegs oder so halte durch hold the line was hab ich denn jetzt ich hab dich du ich meine guter gegner halte ich nicht zurück was alles raus ja nein das sonst muss schon pieten und da hab ich kein bock drauf war sowieso nicht zusammenschen ja aber du willst ja auch gute szenen reinschneiden das war ne wirkliche wie wenig ist ich wohl vor dem schild da ab sie ja Jungs, ihr müsst in meinen Strahl rein. Oh boah. Wann noch Kassale? Wir schauen, Kassale. Oh, danke. Ja? Oh, jetzt hat die Dung auch schon mal rein. Oh, falsche, falsche Kugel. Sorry. Du wirst ja auch immer noch rein. Jetzt nicht mehr. Weil dir ist eigentlich gerade die letzte Runde, die wir jetzt hier machen? Oder wie ist das? Wir können auch noch einspielen, also ich, mir ist doch egal, ich hab Bock gerade. Jetzt würde er was nicht. Wo ist da? Aua, ich will Heilung! Ja, okay, er hat nicht mehr ausgereicht. Ahem. Drop it. Er ist ja, ich bin damals schon cool. Ja.